So meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu LS-17 auf der Combat-Map und es werden jetzt Bäume gepflanzt bis die Finger glühen. Und bis die Finger glühen. Ja ich hatte hier LS-17 Combat-Map, Bäume pflanzen bis die Finger glühen. Du musst da wirklich aufpassen, wie du platzierst, du kannst sie wirklich sehr dicht nebeneinander platzieren, also nicht dass du eine Holzwand draus baust. Da ist der Server und Start und Start. Und ne Kippe in den Maul. Dann baust du meine TS-Daten, die musst du einfügen und dann, ja. Wer kommt, wer will jetzt kommen? Tobias wollte Fortnite. Achso. Aber lass uns das später nach dem Stream machen, weil ich hab da jetzt gerade keine Nervte. Tobias. Genau. Der klappert dann so, der macht dann so einen Krach. Und Leute, wisst ihr was? Es ist ein altbekannter Spieler von uns wieder da, der FabiTV. Genau. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Geht mal bitte auf unseren Kanal und lass doch mal bei ihnen ein Abo da. Also meine lieben Freunde, die App zum Reden mit dir, das ist Teamspeak. Ja, da brauchst du meinen IP und so. Also Leute, ich sag mal so, wer auf große Felder steht, nimmt die Kornbelt. Das größte Feld ist 603 Hektar, dann 220 Hektar und dann in so einem Dreh sind die Felder auch groß. Und wenn Whitney reicht, nimmt er die Australien-Map. Genau, die Australien-Map, ja, ist ein Feld, so wie ich jetzt, ich kann mich jetzt auch vertun, wie aber 800 oder 900 Hektar. Oder, wenn ihr kein Australien-Map zocken wollt, dann nehmt die Beaconhof-Map und ihr habt die Ausumsschnitte in Felder von bis 600 Hektar. Ich schaue ihn gerade auf dem Server. Mhm. Wenn euch das nicht reicht, macht euch einfach eine Map mit einem riesigen Feld. Ja, zitiert auch. Ja, Marcel, was stellen wir jetzt mit dir an, weil wir machen jetzt die Map ja hübsch. Ich kann ja weiter mit dem Zug fahren. Nein, du musst nicht auf Serverlisten gehen. Bitte. Tobi, das machen wir nachher. Alter, wie das, wie komm ich denn auf Tobi in unserer Zeit? Okay, Marcel, geh uns nicht auf Eier und fahr mit deinem Zug. Danke. Hä? Was? Ja, mehr hab ich ja nichts zu tun, ne? Ja, die Map ja cool. Ja, weil die Bäume... Drei mal ne Runde. Ach, hol mir mal die Map. Bäume mach ich schon bei Heidenburger selber. Weil wegen wir... Welche muss ich denn davon jetzt nehmen? Die extra großen Kiefer oder was? Oder die größte Kiefer? Ja, der letzte Baum, glaub ich. Die größte Fichte? Ja. Die größte Fichte? Ja. Also größte Fichte heißt der Ding. Gut, hier kannst du keine Bäume pflanzen. Ach Marcel! Du kriegst ne Aufgabe von mir. Und das sind die meisten Bäume hier. Okay, welche denn? Du darfst die ganzen Felder kaufen. Da haben wir große Mahlzeit. Felder kaufen ist das an. Neue Fede erstellen. Ja. Ja. So. Ja, du kannst den Case, der am Händler ist, kannst du ruhig verkaufen. So. Bitteschön. Und ach, jetzt haben wir gar kein Geld mehr. He. So kann man so machen. Und 10 Millionen reichen. Ja. Okay, dann bespere ich. Geh da mal begränen. Okay Tobias, einen wunderschönen guten Appetit. Patrick? Ja? Ich hab hier schon ein Fade Nummer 4. Das kostet allein schon 4 Millionen. Hm. Ja. Umso größere Felder, umso teurer, ne? Ja. Mir wurde gesagt, weiterkommen. Damit müssen wir erstmal klarkommen, oder? Weiß ich nicht. Für alle Fälle, Felder reicht also auf jeden Fall nicht. Ja. Ja. So. Jetzt lass mich in Ruhe. Hier steht ein Standard Case rum. Muss der hier stehen? Ja. Ich sag doch, den kannst du verkaufen. Ich sag doch, den kannst du verkaufen. 18. 18. Ja. 48 Millionen. 600 Hektar. Aha. Das größte bestimmt fällt 30. Das größte ist fällt 18. Ja. 600 Hektar. Ja. Ich mach aber mehrere Bäume hintereinander. Ja. Also, dass ein bisschen schöner aussieht. Nicht nur eins. Ja, kannst schon machen. Aber denk daran nicht zu dicht, bitte. Ja doch. Das mach ich ja gerade. Aber nur ein kleiner Strich. Ah. So, drei Bäume neben einer anderen und dann da drin bisschen vollpacken. Wo pflanzt du denn jetzt die Bäume? Ich bin bei Feld 60. 61. Nach da oben. Bei der Wiese. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hin soll und anfangen soll. Scheiße, jetzt hab ich einen Baum falsch gepflanzt. Ich würde sagen, ich fang am Map-Rand an. Ja. Also, da arbeite ich mich auch zu langsam nennen. Reg? Oh, schon wieder einen Baum falsch gepflanzt. Ja. Hör wieder an. Was? Ja, du wirst die... Ja, hallo, komm mal. Ich hab oben. Wir dürfen Felder gekauft und dann war schon wieder an. Die, die du pflanzen tust, die musst du dann halt, die kannst du ja einfach wegmachen, die musst du denn fällen. Ich weiß. Hör auf, falsch zu pflanzen. Ja, solange wir dir nicht mehr bewegt sind. Das ist irgendwie die Kamera, doch kann man drehen. Wollen wir mal, Ben. So, wenn das Geld nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr. 100 Millionen. Tja, wie schnell das runterrasselt. Alter. Ja, weil ich jetzt ihm gerade Geld gebe. Ach so. Allein schon. Feld 18 kostet schon 48 Millionen. Warum kann ich hinten keine Bäume pflanzen? Was für ein Scheiß. Ja, dann kaufen wir erstmal die kleineren Felder. Na, ich gucke grad. Weil nicht, dass du mir jetzt die ganze Zeit auf den Sack gehst, du brauchst Geld. Das ist... Ach, da hinten krieg ich wieder pflanzt. Okay, dann geht das. Dann passt. Ja. Ich bin geladen. Das dauert 20 Sekunden, oder? Ich bin so verglücklich damit. Mhm. Ich bin keine Merkante. Ein Auto sehe ich hier oben rein. Das ist das Einzige. Passt das so weit. Das passt irgendwie. Oh, hier könnte man noch... Und ein paar Pflanzen. Aber ich meine, ich werde die ganze Wiese hier mal vom Fall mit Bäumen machen. So weit hier drin. Hm. User, join your channel. Moin. 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 Na, wie schaut's aus? Besser auf jeden Fall. Bist du hier immer noch nicht zu Hause? Doch, ist zu Hause. Ja? Ja. Oh, das ist so schön. Dann sag mal schöne Grüße. Jo. Mach's schön dann. Und wie war die LKW-Fahrt? Nice. Du warst jetzt bei deinem Onkel mit, ne? Hm? Bei deinem Onkel, oder wo warst du mit? Bei dem... Bei meinem Onkel, der Bekannte da. Ah, okay. Das war ein älterer Mercedes, ne? Nö, der neue. Das war der neue? Ja. Der hat die Innenausstattung und die Farbe vom Volvo. Ja, ist ähnlich, aber... Bloß die Form und alles ist anders. Also, ich seh, können wieder viel Zucker rüben machen. Äh, Ben, kennst du noch Fabi? Oder hast du noch Fabi gar nicht kennengelernt? Doch. Der ist wieder da. Ja. Okay, cool. Also, der von damals jetzt, ne? Der wird die Sprachen verändern. Ach, ist die Sprachen verändern? Ja, mit seiner Kindstimme und so. Piepstimme. Ist... 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 Fabi gerade hier drin? Keine Ahnung. Im Channel? Kann schon sein, das ist ein Kind, aber... Da auch noch pflanzen? Oh Gott. Ja, ich mach jetzt die ganze Wiese hier bei den Grünen, wo der... Wo die Hügel hier sind. Hm. Und hier sind Pappel. Hast du Pappel gepflanzt? Ich pflanze keine Pappel. Aber hier sind... Bei mir sind Pappel. Dafür kann ich nicht. Aber ganz große Kiefern. So, hier mal die Wiese am Rand lang. Was aufpasst, als ich die nicht zu dicht mache. Als die du bescheuert hast. Nee, am Rand. Mach dicht. Komplett dicht. Das sagt... Ja, aber... Ich bin nicht ganz am Rand. Ich bin noch vorne gleise, deswegen. Mach beide Seiten irgendwie Bäume hin. Mal kicken. Das wird... Da noch hin, da noch hin. Da... 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 Man muss aufpassen, dass man die nicht zu dicht aneinander stellt. Dann sieht dann in mir bekloppt aus. Nö. Doch. Wenn die dicht an dicht stehen, ist das kacke. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Oh, Patrick. Versuche da einen gewissen Abstand drin zu kriegen, damit es noch halbwegs vernünftig aussieht. Da mag ich so zwei bis drei rein. Mal gucken, wie das wird. Apahah, der wir hier mal sehen... Na gut. ... Der bloe ist Leer. Guck. Und wie wenn wenn die sonst hier wieder vorstehst, kannst du einen nicht mal sehen. das hat jetzt immer ein zweck nach gerade ich packe überall durch und wenn du wirklich in wald baust ja dann kannst du auch verschiedene sorten verwenden das mache ich sowieso da frage ich auch gar nicht nach ne ich sage dir du sollst du mir die frage ich sage dir was ein bisschen aussieht was aber den rand mache ich vernünftig ein baum über den rand den bereich wenn man daher die großen kiefer nehmen weil der rand ist ja kein wald macht also doppelreich immer versetzt ein bisschen so jetzt kommen kommen kleine büsche ist david noch da ja ich bin da warum gegen wie viel uhr glaubst du dass wir fortnighter ich weiß nicht ob heute noch fortnight ja auf jeden fall eigentlich brandenburger was ich bin hier hinten ja ich bin bei feld 65 und verbaue bäume so das sieht man nicht auf der karte das muss mal zu mir gekommen zu feld 60 62 also zwischen 61 und 60 61 62 da wo der ganze weit jetzt ist stell dich mal dazwischen dann siehst du auf einmal die bäume wieder bäume kommen so was soll ich mal bäume mitten aufs feld pflanzen ne mann dann nicht nicht schön das ist nicht schön wo soll ich mich hinstellen zwischen 60 61 ok dem walter oder nicht ja du bist falsch zwischen 60 62 ja ich bin jetzt herzlich nicht mehr durch den wald Na, was sagen Sie einfach? Musst ein bisschen aufpassen. Wir machen das mal so. Eh, mein Strichchen, da. Ich bin mal gespannt, was das mehr für ein Wald wird. Mal gucken, ob du da noch mit Fahrzeugen näher hinkommst. Nö, kommst du nicht. Alter! Das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, da kommst du schon. War aber schwer, wa? Nö. Ich finde, das sieht jetzt richtig geil aus. Oder Marcel? Der Wald. Was? Wie sieht das so weit aus? Ist gut, ne? Bei vorher sah das ja nicht so aus, die ganzen Bäume, da stand ja gar nix hier. Halbe Euro-Walt und wenn ich reingucke, hab ich nur noch 10 FPS. Wow. Na, es kann aber nicht. Ich lauf doch gerade nicht selber hier durch, ich hab überall 54 FPS, 69. Hast du vielleicht eine bessere Reine? Ja. Mhm. Vielleicht ja. Ach, hier ist die Map-Grenze dann. Ähm. Das ist schon mal gut. Hier oben geht ja sowieso keiner hin auf die Felsen, ne? Da wächst ja sowieso eigentlich nix hier oben. Hm. Dann will ich sagen, wollen wir mal hier pappeln. 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 What? Warte. Alter, wie schnell platzierst du den ganzen Scheiß? Äh, dann mach da mal 1, 2 Fats und dann sind wir mit durch. Äh, ja. Da wird ne großartig überlebt, da wird einfach hin geklatscht. Genau. Ja. Ich geh immer zu branden. Das Chaos-Prinzip. Hamburger, bist du immer noch bei Feld 65? Ja, ich gepflanzt hier immer nur am Rand Bäume. Gut, dann komm ich da jetzt mal hingelaufen. Ja. Kann aber sein, äh, rumstehen, falls der Lust will, äh, wissen willst, wo ich rumstehe, ungefähr beim Shop irgendwo. Da steht ein Träger höchstens. Ja. Ich bin jetzt bei Feld 64 da oben, also. Wenn es hier so Bäume. Äh. Dann kann ich ja dann mit dem Zug hinfahren, aber ich weiß gar nicht welchen. Könnte ich schon machen, ja. Ich bin an der Zugstrecke, ja. Welch nicht? Na, einfach mal den hier. Da musst du gucken, welchen du nimmst, weil jeder fährt in der anderen Richtung irgendwo anders hin. Einfach mal. Ja. Jetzt hier bei der Biogasanlage mitnimmt. Hm. Da sind aber auch zwei Züge wieder. Äh. Ah, da kann man nur inzwischen. Aber ich glaube, ich hab schon den richtigen, weil der schon da hoch fährt. Ah. Äh. Äh. Mann, scheiß Kamera. Da hin. Oh, Kamera. Da hin. Ja, da hin. Jetzt aussteigen, dann bin ich ja richtig... ...deput. Hm. Äh. Äh. Kamera. Mann. Warte, das ist süd. Oh. Wollen wir da. Zack. Nein. Da sind mein Strich. Da ist mein Baum. Strich. Äh. Nein. Mann. Nein. Ich war falsch. Ich fahre. Wundervier dahin würde ich ihn haben, genau. Da braucht keiner mehr Hände, ist zu eng. Hier können wir neue Hände klatschen. Da können wir da auch neue Hände klatschen. Gut, ja. Ich fährst halt mit dem Zug durch halben Wald. Viertel Wald. Was sieht denn mir jetzt so klar aus? Ja, ich zog gerade Pappel hier über Vettai. Auf die Hügel. Das sieht geil aus. Ich habe einfach sechs, sieben Waggons dahinter. Ja, also so Dinger, wo ich Weizen reinmachen kann. Zum Beispiel so Getreide. Alle voll machen wird, ja dann. Sure. Okay. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Also Leute, es kommen nur die Leute im TS, die mitzocken. Richtig. Ich bin aber auch da. Ich zock nicht mit. Du bist aber mit Spieler von uns. Ah. Ich mach so hier teilweise A2 rein, immer am Rand, so das reicht. Äh, da sind schon Bäume, ey, das hier weiter. Schnabel Tobias schreibt, kann ich auch in LS17 kommen? Warte mal, Schnabel Tobias. Und wie sagt denn der Name das? Warst du nicht schon mal bei uns, Tobias? Dann hat welche platziert? Ne, wird in die hier platziert. Mitten auf dem Weg. Wie, mitten auf dem Weg? Das soll dazu sein, jetzt soll es sein, glaube ich. Mir passt schon. Das ist so, jawohl. Alter, sieh, bis in Videos, äh, das ist schwer. Wie alt warst du noch, ne? So, kann ich auch ihn platzieren, ist ja hart. So, bin ich jetzt hier am Map-Rand. Strich geht hier lang. Mal hier ja noch ein paar her setzen. Mal die Kamera drehen, damit ich sie wirklich abständig hier hab. Ja, genau, wie alt du bist. Ja, genau, wie alt du bist. Also, bist du noch so ein junger Spund. Und das ist blöde. Ja. Weil ich selber bin über 25, äh, über 20. Und wir suchen jetzt eigentlich nur noch Leute in unserem Alter. Weil wir haben vier junge Leute bei uns. Schon mehr, wie wir eigentlich wollen. Ja, ein bisschen Berg kann man sehen, okay, das geht. Ach, nicht übertreiben wir die Bäume. Das lukt sonst kacke. Ja, nein, nein, das passt so. Ich wollte kein Date haben, aber ja, verstehe ich. Hey. Schauen wir mal so. Wenn du sechst. Ja, Mann. Ah. Sorry, ich hab grad ein Pee gemacht. Richtig nice. Jetzt kannst du weiterreden. Ach, nein. Hast du euch vergessen, was ich sagen würde? Ja. Na. Ah. Ja. Vielen Dank. Boah, wenn du 16 oder so bist, kann man noch darüber reden. Aber hier auf gar keinen Fall mehr. Hier ist was. Bei Fortnite von mir aus gerne. Da kann man sich sparen. Geht eine Straße lang, da die Zugstrecke lang. Brauchen keine hin. Bürger. Ich weiß, dass ich keiner spazieren kann, weil Zugstrecke. Wo geht die überhaupt lang, die Strecke? Hä? Nein, die Zugstrecke lang. Mach schön außerhalb. Durch der Tunnel. Ich wollte das mit der Kamera nicht in den Berg rein. Boah. Keine Ahnung, Alter. Reicht mir erstmal. Mal gucken, wo du jetzt bist. Wo pflanzen? Wo pflanzen? Spider-Kill. 48, 49, dazwischen. Aha. 48. Wo ist dein Wald? Äh, den in den Klatschen. 60. Zwischen 61 und 59. Da oben. Kann er da nie einsteigen. Ach, kacke. Äh. Komm ich da am blödesten hin. Gar nicht. Weil alles schon gekauft. Äh. Du musst wieder hinlaufen. Ja, ich bin hier auch. Hm. Man sieht von weitem schon ein Wald. Boah, scheiße. Baum. Das hier jetzt in Wiese erstmal voll der Klatsch mit Baum, ja? Ja, aber in drinnen ein paar Stellen noch richtig frei. Hm. Das sieht so gar nicht schlecht aus. Hm. Wenn man dran denkt, dass man hier vorher als Kalver... Hm. Also noch habe ich 61 FPS in deiner Richtung. Also scheinen die Bäume wirklich in der Performance-Einbußen zu sein. Nein, das sind Bäume. Ja, das hast du vielleicht gesagt. Das war schon mal anders als in den L.S. David! David! Nein! Im L.S. war es ja schon mal so, dass... Ballen, Strohballen oder so... Blitz 10, das ist scheiße! ...Performance-fressend waren. Umso mehr du ihn macht hast, umso schlechter wurde deine FPS. Aber richtig. Äh. 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 Äh, okay. Äh. 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 So ein paar Seiten verbaut sagst du, ja? Ja. Hier hinten bewegt man sich jetzt eher nicht. Okay. Über den Hügel. Ja, okay, das geht. Ah. aber ich hab jetzt ein bisschen oberhalb von einem Ranzo und hergefuchtelt man kann sein dass ich sogar richtig fahre Mahlzeit aber nicht von dir ich bin das ist von oben aus ich bin jetzt über dir über mir also von oben aus sieht das gar nicht schlecht aus mit der Wald ah von unten geht das eigentlich auch wenn man daran denkt dass die Razzikale nix hier stand auf der Fertil also hab ich gute Arbeit gemacht selbst auf den Felsen und so war auch nix drauf da hab ich auch alles hingebaut aber eigentlich wachsen ja Felsen und Kinderbremme aber halt da sind grüne Stellen mit aha naja ja boah wenn ich von mir von hier oben den Hof angucke was für Monsterdinger das ist ne ja naja mach mal Max oder Maxi ey David weißt du wann die Spielwiese wieder kommt? ne weiß ich nicht aber demnächst wahrscheinlich Leute das hier unten was ihr jetzt hier seht das ist alles der Hof hier beim Kussball habt ihr die Standard Silos aber das ist wurscht hier ist noch ne äh ne Fläche sehe ich gerade da könnte ich was hinbauen ja da wollte ich was hinbauen gut gut und jetzt das ist das alles hier Leute wenn man so von oben guckt so die Bäume dann sieht man dass so die erste Baum Baumreihe dicht an dicht gepflanzt ja ich weiß was was mal wieder im falschen Zug ja so Leute das ist der Hof ne Quatsch das ist nicht doch hä ne er ist verwirrt da ist ein kleiner Hof der Hof ist hey warte mal jetzt bin ich ein bisschen irritiert ich glaube bei McLean's Biogas genau hier unten Leute das ganze hier oder Mary's Farm da ist glaube ich auch irgendwas ich habe keinen Plan hier warte mal was gibt es hier unten denn überhaupt Tankstelle so was ist hier unten ist ja auch ein Hof oder so weil dann kann mich jemand hier unten sich verpümmeln weil man sollte nicht in Häuser spawnen alles klar ja ich bin zur Tankstelle äh spawnen zur Tankstelle ja ich muss mal sagen geil gemacht die einzelnen Dörfer hier ja nur Standardhäuser von LS aber siehst du hier nun den Hof noch wie sie sollte jener sein warte mal ich hab hier noch ich hab den Hof das hier hier wo ich jetzt gerade bin das ist eine Fläche ach das können die auch benutzen als Parkplatz oder sonstiges weil wir brauchen ja gut okay das hat sich erledigt hier jetzt hier unten nur ein Hof oder nicht nee nicht dass ich wüsste also nicht dass ich sehe das ist ein kleiner Dorf aber ich steig mal wieder in die Höhe ist hier ein Hof nö ein Dorf dann gehen wir mal unten links weiter hin was haben wir denn hier unten unten rechts einmal nicht in die Schule gekommen ja und dann heißt Guter Bahnhof was passiert jetzt Guter Bahnhof genau da kannst du die drei der Abnahmen hinbringen keine Ahnung einfach in dem Tunnel aber der Zug fährt was Häusern Häusern überlegt man wie viel grüße ach nee das ist ja ein Acker okay er hat wir können sich die Räschung noch ein 2 Halt hinbauen ja aber wozu und die Trinklage kommt er Marcel wo Ako auch gut über den Schraubender das jetzt nicht in die Berge macht wo bist du Es ist jetzt ein Zug. Was? Welchen Zug? Ich fahr jetzt auch Zug. Achso, du bist einfach in den Eugen hier stehen. Du kriegst mich eh nicht mehr. Ach, ich komm woanders. Warte, ich komme. Moin. Hä? Ich hab glaub den nächsten Zug jetzt hier, gell? So. In deiner Hose. Ja, dann können wir dir mal ein bisschen eine Karte mitnehmen zu. Wollen wir doch schon mal, ich mach die ganze Karte mit dem Zug. Aber da warst du noch nicht auf YouTube. Nee. Lang lang ist hier... Patrick hat den ganzen Zug, der oben herfährt, bei Trainer 1 und 2. Stimmt, die anderen sind hier oben rumgefahren. Okay. Du bist richtig gesehen, hab letztes Mal rum. Cool, hier backt was in der Luft rum. Was ist das denn, die Länder? Okay. Hab'n rumbackt mit die Länder oder irgendwas in der Luft stehen. Wer ist mal gekommen? Maxi. Hallo. Maxi, lass das Wort mit. Ich bin in deiner Gruppe. Echt? Warte, ich mach kurz das 50 wie 50 fertig. Oder warte mal. Maxi, weißt du, wo ein Spielvideo wiederkommt? Nein. Es gibt Gerüchte, dass sie es überarbeiten. Von mir wurde erzählt im Stream, wo ich heute gestern das Spielvideo nicht mehr wiederkommt. Ja. Wenn ich mich frage, warum machen die das erst und dann lassen die das raus? Ja. Mit dem Zug. Ich bin jetzt für Q-Farm. Ich bin jetzt für Q-Farm. Ich bin jetzt für Q-Farm. Ich bin bei Feld 9 gerade, ich fahr jetzt gerade durch den Tunnel. Ja, jetzt sieht man ja, wer wo ist. Da oben bist du. 3, 4, 3. Ich bin in den Nadel am meisten. Ja, ich fahr noch unter dir. Bei der Ölfarm vorbei. Ich bin in den Nadel am besten. Ich bin in den Nadel am besten. Ich bin in den Nadel am besten. Das ist toll, dass es hier Sprit- und Öl-Raffinerien geht. Oh schon. Das hier. Das hier. Jetzt fahr ich in Richtung Nadir hoch. Die hat mich auf jeden Fall. Ich bin hier auf jeden Fall, und wenn ich auf jeden Fall die Ölfarm, So, ich denke, ich werde gar nicht aufhören mit LS, ich weiß es aber noch nicht. Dann, Brandenburger. Was, wie, was? Einmal bitte fällt. 18. Was ist damit? Dürft ihr einmal bitte säen. Was säen? Ja. Da willst du noch aufhaben. Mais. Nee, nicht schon wieder Mais. Ja. Nee, Mann, Alter. Doch. Kann man schon mal Maischen machen, mit Maischen, weil das ja scheiße. Jungs, ich muss mal kurz weg. Ja. Ja. Du, ihr seid zu zweit. Ich war gerade Richtung Marcel. Gut, danke. Hey, da brauchst du auch ein paar Minuten, bis du um einmal um die Map bist, ey. Na klar, ich bin mir da. Easy Map, Mann. Dann müssen wir nochmal den Zug. Oder zwitscheln einfach mal den nächsten drin. Meiner steht jetzt irgendwo rum. So, dann werde ich mir mal eine Säemaschine kaufen. Meine Dieselmaschine kaufen. So. Säemaschinen da unten. Einmal ein bisschen aussteigen. Ey, Zug, wo willst du hin? Bleib stehen. So. Dann dürft ihr nämlich anfangen zu säen. Äh, Brandenburger? Warte. Hast du irgendwas gemacht? Wieso? Mach dein Mod Eros? Mein Mod? Nö. Ich hab ne Stammbild. Na, wo kann ich nisch? Ich kann nix mehr machen. Wenn die raus aus dem Spion kommen, will er rin. Ich will erst die Lok sehen. Bei mir ist sie sauber. Lok enthalten Fehler. Haben sie vor, hat sie vorher schon. Bier enthält immer Fehler, die Lok. Um aufzufallen. Aus dem haben wir mit meiner Sämaschine schon gespielt. Darf er mal ins Appel sehen. Ne, ich kann das Fenster nicht schließen. Das hat sich alles... Ach, das gäbs doch gar nicht, ey. Brück alt F4. Dann musst du L.S. zu ihnen. Ja, dann ich schau später mal vorbei rein. Bei wem schaust du später rein? Äh, bei euch wieder in L.S.? Ja, meine lieben Freunde, das war's erstmal von L.S. Ich würde sagen, lasst euch bis zum Morgen überraschen, was auf der Karte noch passiert ist. Ich wollte jetzt mal so ein paar Dateien sagen, weil wir werden die Karte jetzt komplett umverändern, die Karte. Und lasst euch einfach mal, ja, überraschen. Dann würde ich sagen, bis später. Peter mit den verdammten Trainern.